Ausgangspunkt ist dieses Bild, das schon seit einer Weile durch die sozialen Netzwerke geistert. Mein Kind isst, kein Fleisch, kein Fisch. Wer auch immer diesen Fehler gemacht hat, war vermutlich einfach unkonzentriert. Trotzdem wollen wir uns das genauer anschauen und von da aus die verschiedenen Orthographieprinzipien des Deutschen betrachten. Die Erklärung, warum Ist hier mit Doppel-S hätte geschrieben werden müssen, ist relativ einfach. Es kommt vom Verb Essen, welches eben mit Doppel-S geschrieben wird. Das haben wir in der deutschen Rechtschreibung sehr oft. Wir schreiben ein Wort auf eine bestimmte Weise, um die Zusammengehörigkeit mit einem anderen Wort bzw. einer anderen Wortform zu markieren. In der Linguistik sagen wir, dass das morphologische Prinzip zum Tragen kommt. Ein anderes Beispiel dafür ist die Ä-Schreibung. Das kurze Ä wird normalerweise mit E geschrieben. Wie etwa in Bett oder Weste. In Hände aber natürlich nicht, weil die Verbindung zum Singular Hand grafisch sichtbar gemacht werden soll. So lassen sich sehr viele Ä und Ä-U-Schreibungen im Deutschen erklären. Und das ist auch der Grund, warum das Wort Behände in der Rechtschreibreform von 96 in der Schreibung geändert wurde. Mit dem Ä sollte die Verwandtschaft zur Hand markiert werden. Übrigens wäre es eigentlich konsequent, das Wort Eltern ebenfalls mit Ä zu schreiben, um die Verbindung mit dem Adjektiv Alt anzuzeigen. Das wurde in der Rechtschreibreform aber nicht verändert. Vielleicht hat man sich an dieses häufig gebrauchte Wort nicht herangetraut. In diesem Fall ist die E-Schreibung zwar gleichzeitig auch die phonologische Schreibung, die Beibehaltung alter Schreibweisen rechnen wir aber dem historischen Orthographie-Prinzip zu. Kommen wir aber nochmal zurück zu Ist. Das Doppel-S erklärt sich also durch die Verwandtschaft zu Essen, das ist klar. Wie erklärt sich aber die Doppel-S-Schreibung in Essen? Denn man muss sich vergegenwärtigen, dass wir nur einmal S sprechen. Wir sagen ja nicht Essen. Manche Sprachen haben tatsächlich langgesprochene Konsonanten, etwa das Italienische, Mama. Diese sogenannten Geminaten hatte früher neben anderen germanischen Sprachen auch das Deutsche, sie im Laufe der Zeit aber abgebaut. Teils sind sie dialektal aber noch erhalten geblieben. Der Doppelschreibung kam nun eine neue Funktion zu, nämlich der Markierung eines Silbengelenks. Das heißt, das S in Essen gehört zu beiden Silben und genau das soll die Schreibung mit dem Doppelkonsonanten markieren und damit auch die Kürze des vorangegangenen Vokals. Somit können wir Minimalpaare wie Rate und Ratte auch schriftlich unterscheiden. Eigentlich seltsam, dass ein weniger an phonetischem Material, wie eben der Kurzvokal in Ratte, einem mehr an grafischem Material, wie dem Doppel-T, gegenübersteht. Naja, jedenfalls zählen wir die Silbengelenkschreibung zum sogenannten silbischen Prinzip. Darunter fassen wir alle Schreibungen, die die Silbenstruktur verdeutlichen sollen. Dazu zählen auch andere Phänomene, wie etwa das Silbeninitiale H. Darauf gehe ich in diesem Video aber aus Zeitgründen nicht ein. Bei Fällen wie Essen und Ist sehen wir also, wie das morphologische und das silbische Prinzip zusammenspielen. Die Silbengelenkschreibung wird morphologisch auch auf Fälle übertragen, in denen gar kein Silbengelenk vorliegt. Naja, manchmal aber auch nicht. Interessant sind hier besonders Lehnwörter. Das Wort Chet wurde aus dem Englischen entlehnt und abgesehen von der Großschreibung unverändert gelassen. Das dazugehörige Verb ist im Deutschen aber zweisilbig und hat ein Silbengelenk. Dementsprechend wurde ein T eingefügt. Dadurch ist das morphologische Prinzip aber nicht verwirklicht, denn einmal schreiben wir mit einem, einmal mit zwei T. Hier könnte man also sagen, dass das silbische Prinzip das morphologische aussticht. Konsequent wäre eigentlich, das Substantiv Chet auch mit Doppel-T zu schreiben. Ganz genauso ist das immerhin schon bei Tipp geschehen. Vor der Rechtschreibreform wurde es wie im Englischen noch mit einfachem P geschrieben, nun nur noch mit Doppel-P, um die Verbindung zu Tippen anzuzeigen. Im Falle von Ist-Ist ließe sich die Falschreibung rein theoretisch auch mit einem weiteren Rechtschreibprinzip erklären, nämlich mit dem lexikalisch-semantischen Prinzip. Die beiden Wörter sind homophone, also gleichlautend, und mit der Schreibung können wir sie auseinanderhalten. Bei diesem Beispiel ist aber die oben genannte Erklärung mit dem morphologischen Prinzip die deutlich sinnvollere. Bei Seite und Seite können wir den Erhalt der ungewöhnlichen AI-Schreibung aber nur so erklären, dass Buchseite und Gitarrenseite grafisch voneinander getrennt werden sollen. Weitere Beispiele, die in der Literatur immer wieder genannt werden, sind Lied-Lied, Lerche-Lerche und vor allem natürlich Das-Das. Das lexikale-semantische Prinzip kommt aber insgesamt ziemlich selten zum Tragen. Häufig werden Homonyme gar nicht in der Schreibung getrennt, wie beispielsweise Ton. Eine Differenzierung beider Bedeutungen wäre hier theoretisch mit dem Dehnungshaar möglich gewesen. Hier nun eine kurze Zusammenfassung aller Prinzipien, wobei das phonologische, das silbische und das morphologische Prinzip am wichtigsten sind. Dazu muss ich aber sagen, dass sich Bezeichnungen wie auch Einteilungen je nach Lehrwerk bzw. SprachwissenschaftlerIn unterscheiden können. Beispielsweise wird das lexikalisch-semantische Prinzip manchmal nur als Unterkategorie des morphologischen Prinzips gesehen. Das historische Prinzip wird teils auch ausgeweitet auf ein etymologisches Prinzip und umfasst dann auch die Beibehaltung von Fremdwortschreibungen. Bislang noch nicht erwähnt habe ich das grammatisch-syntaktische Prinzip. Hierunter fällt die Großschreibung von Substantiven und am Satzanfang. Die Großschreibung aller Substantive ist eine Spezialität des Deutschen und hat sich vor allem im 16. und 17. Jahrhundert entwickelt. Für die Großschreibung von Anredepronomina wie Sie und Ihnen haben wir das pragmatische Prinzip als Ausdruck von Höflichkeit. Und dass manchmal auch die Groß- und Kleinschreibung bedeutungsunterscheidend sein kann, zeigt diese Falschanwendung des pragmatischen Prinzips. Untertitelung des ZDF, 2020